ja am meisten freue ich mich natürlich auf MV1, mal wieder ein schönes altes COD spielen habe ich früher ohne Ende gesuchtet und ja und jetzt gerade sehe ich ich habe einen falschen Spezialisten aber ist egal und ich sterbe und ja es gibt ja jetzt aber trotzdem auch bei Infinity Warfare wieder Spezialisten und bei denen halte ich mich noch leicht zurück weil irgendwie soll es dann Spezialisten geben der auf allen Vieren krabbelt wie so ein Hund und da muss man ja erstmal noch gucken was das soll jetzt und sonstiges wir müssen lustig aus dem das ist ein Spiel wo man viel zu lachen hat also das kann ich mir bei dem Spiel gut vorstellen das ist ja so dass ein oder andere Mal auf jeden Fall sehr 3 Lachen das kann ich auch was herausgefunden das kann ich auch was herausgefunden wenn man vom Firebreak getötet wird kann man was soll das sind dann kann man den Neueinstieg gar nicht aktivieren das habe ich persönlich jetzt auch zum ersten Mal erst gesehen hm das ist auch mal interessant ein bisschen strange wie stehst du überhaupt 10-7 super der Gegner soll noch abhauen der Fahrer denkt auch ich wer weiß nicht was ach du scheiße ja jetzt muss ich mir was einfach lassen hier haben wir zum dritten bisschen raus wie die Verrückten oh Gott mein Anspruch also ich bin ja kein großer Fan oh mein Gott ich bin kein großer Fan vom Neueinstieg da ist mir zu schauber ist man rennt damit rum und man geht gleich die Leute sehen gleich dass ein Neueinstieg einsetzt sofort ja und na und dann stehen sie gleich mit einem Knife über die und hauen die auf dem Schädel und das riechen Quicksack in der Beta war es cool Neueinstieg da hat man ja noch zumindest seine Streaks behalten und jetzt hast du halt gar nichts mehr das meine ich man wird schönen Neueinstieg einsetzen was ist steht da so ein scheiß Idioten und haut die mit einem Ripper auf einmal aufm und ich frage mich auf die ganze Karte wo sind die Gegner ich werde einfach von irgendwo nur angeschossen gerade und schon kein Verrunger so wie keine Ahnung wo ich was im Höschen falsch sitzen hätte ja ich hab den Neueinstieg darüber fragt sich auch natürlich sehr über den Neueinstieg wo sind die Gegner liebe Leute oh 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 ja Pech gehabt Arschloch hat wieder mehr geklaut meine Freundin ist neben anderen randaliert sie zeigt auch dass ihr Handy wer der Boss ist also so kommt zumindest rüber also mein Gott steckdose ist der Boss nicht sie das war die Leute das war's 20 2017 nicht super aber scheiß drauf bisschen geredet mit euch und lasst ein Like da abonniert uns und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal Tschüss Spannungsvolle Schuss Spannungsvolle 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 Vielen Dank.